Hallo Luca. Ist es gut? Ja, mal tipptopp, ich bin gerade am Kuchen. Du weißt, du hast gestern diesen Informationsnachmittag gehabt. Ja, es war voll toll und es hat auch echt was gebracht. Ich habe mich darum auch gerade für eine Lehrstelle dort beworben. Das ist aber schnell gegangen. Ich werde jetzt auch entscheiden, um mein Praktikum auf einer Bank zu machen. Ah, cool. Kannst du mir aber schnell den Link schicken, den du dich beworben hast? Ja, sicher, super. So, das wäre dort, wo ich drüber gegangen bin. Hey, merci vielmal. Ich muss leider schon wieder gehen, aber noch kurze Frage. Wie lange geht es, bis du Bescheid kriegst? Ja, das weiss ich leider noch nicht so recht, aber es wird schon noch wieder gehen. Dann wünsche ich dir aber schon mal viel Glück. Danke, ich dir auch. Dann ciao, Julia. Ciao, Luca. Ja, Julia. Da ist gerade unsere Kantonalbank. Ich ruhe den Nachrichten für Sie. Wir wollen Ihnen gerne einen Lehrstelle anrufen. Wie hörst du langsam mal? Oh nein, ich bin am Filmen. Ah, jetzt. Liverpool stroll. Oh, oh, oh. Oh, oh. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020